. Ja, da steht eine Maschine. Es wird da. Einen 6718. Marcey Ferguson, Deina. Ja, Schill, erzähl mir mal alles über den Marcey Ferguson. Wie viel PS hat der? Hat der unter 80 PS und mit Vierzylinder. Ah, Vierzylinder-Motor? Ja, genau. Das ist ein neues Traktor vom Marcey Ferguson. Ja, das ist aber nicht Vario. Das ist Vario. Kannst du ihn fahren? Verstehst du den? Ja, schon ein bisschen. Ist doch schwierig, oder nicht? Das ist das gleiche wie Fendt. Ja. In der Achse. Ah, das Variogetriebe. Genau. Schöne Maschine. 180 PS. Genau. Schön. Ja, das gefällt dem Bauer auch. Ja, das gefällt auch. Ja. Ah, prima. Ja, jetzt setze ich mich mal in einer Marcey Ferguson. Mh, schmeckt alles neu da. Oh ja. Genau. Komm nur rauf, Schill. Das ist hier der Joystick, oder? Ja. Wie fährst du den jetzt? Mit dem Joystick oder mit dem Pedal? Also mit dem Pedal, ja. Genau, ja. Für eine lange Strecke ist er gemütlich mit dem Pedal. Ja, also da hast du auch speichert, konstant Speichergeschwindigkeit, verspeichert die Geschwindigkeit durch. Ah, war das C1, C2, ja. Ja. Führen und in der Zeit auch, ja. Ja. Wo startet man denn? Äh... Auf der Seite, hier. Haha. Darf ich denn eine starten? Ja. Komm her. Ein bisschen fahren. Ja, fahren will ich nicht. Nur, ähm... Da habe ich den Bildschirm mal sehr getrieben. Ja, mit Tasten du auch einstellen. Genau, ja. Das ist fast wie beim... Ein bisschen ähnlich wie beim 714er. Mhm. Und hier haben wir noch einen anderen Bildschirm. Genau. Für ISO-Bus. Ah, für eine andere Steuerung anderer Maschinen. Genau, ja. Ja. Aber ich kenne das noch nicht viel. Ja, dass du fahren kannst. Ja, das ist das Wichtigste. Und das andere lernt man ja, wenn man den benutzt. Genau. Ja. Ja. Der Joystick. Das sieht gut aus. Belegung. Hydraulikzylinder, ja? Mhm. Speichertaste. Vitraulikheben, Senken. Und der A ist wie ein Speicher. Genau, ja. Und die Zapfelle. Zapfelle, ja. Vorwärts, Rückwärts. Seitwärts. Ah, der geht nicht seitwärts. Ah, wenn du vorwärts und rückwärts drückst du hier. Genau. Und die gespeicherte Geschwindigkeit ist da. Ja, es ist praktisch, ja. Genau, ja. Griffbereit, ja. Nicht wie Fendt. Ja, beim Fendt muss ich rüber drücken und dann fährst du mit dem Joystick links, rechts oder mit der Taste hinten. Der hat auch eine Taste hinten. Genau, ja. Wir können vorne und hinten hier oder mit der Taste. Ja, das ist ähnlich, ja. Ja, schön. Das war lustig. Der Schill hat mich da besucht. Er ist in Coppigan gewesen. Er holt auch einen Demo-Traktor. Und hat mir noch ein bisschen Wein mitgebracht. L'Hôpital Pinot Noir von Villy. Zwei Flaschen. Zwei Flaschen. Zwei Flaschen. Zwei Flaschen.